Ja, danke Renate für die herzliche Einführung. Herzlich willkommen von meiner Seite, Hartmut Zadek ist mein Name und bin am Institut für Logistik und Materialflusstechnik und wer das nicht weiß, zumindest mal die Masterwissen ist vielleicht noch nicht ganz, leider war ich bei der Einführung nicht präsent. Das liegt in der Fakultät für Maschinenbau. Wir haben also eine technische Orientierung auf die Logistik. Warum sage ich das? Logistik kann man auch aus anderen Blickwinkeln betrachten. Wir machen das auch hier bei uns an der Otto-von-Guericke-Universität. Wir haben einen Bereich in der Betriebswirtschaftslehre, der Fakultät für Wirtschaftswissenschaften, also Produktion und Logistik heißt das Fachgebiet dort. Und insofern sind wir glücklich in der Lage, eigentlich bei unserer Universität die Wirtschaftsfacette und die technische Facette zu beleuchten. Aber darüber hinaus, und das werden wir heute erkennen, hoffentlich zumindest mal, und Sie können dazu auch Fragen stellen, werden etwas kennenlernen, wie breit die Logistik aufgestellt ist. Und diejenigen, die, sage ich mal, das Eckpunktepapier zum Grundverständnis der Logistik gelesen haben, haben da schon einige Indikationen bekommen. Ja, wir sind ja schon seit mehreren Jahren unterwegs, wie Renate richtig sagt, und Sie arbeiten mit einer sogenannten Neunermatrix. Ich habe das damals als Odyssees End kennengelernt. Der Begriff, der existiert soweit, wunderbar. Und ja, wir haben uns mal damals zusammen die Mühe gemacht, das Feld der Logistik in so eine Neunermatrix und eine Struktur zu bringen. Und ein paar Punkte davon werden wir antasten mit der heutigen Session als solches. Wir haben hier unten verschiedene, ja, ich sag mal, Verfahren und Methoden, die man einsetzt. Also wir haben hier Methoden der Beschreibung logistischer Prozesse. Das sind Dinge, die uns helfen, zu analysieren, was da abläuft. Und die Logistik, wenn ich das schon mal vorweg sagen darf, begreifen wir bei uns am Institut als eine Prozesswissenschaft. Und Sie arbeiten ja auch in verschiedenen anderen Gebieten mit dem Stichwort Prozesswissenschaft. Das ist vielleicht etwas ungewöhnlich, von den Ingenieuren zu hören. Bei den Verfahrenstechnikern gar nicht mal so. Die leben aus dem Produktionsprozess schon mit den Prozesswissenschaften. Und die Logistik hat sich dazu entschlossen, dieses Feld der Prozesswissenschaften als Basis zu nehmen, weil wir an der Stelle in solchen übergreifenden Prozessen, interdisziplinären Prozessen arbeiten. Was das heißt, wenn wir heute kennenlernen. Also hier haben wir Methoden, die einiges an der Stelle erleichtern, kennenzulernen. Dann gibt es die Grundelemente, die wir in der Logistik nutzen, die Bausteine der Logistik. Was betrachten wir in der Logistik? Das sind die Güter, die wir transportieren. Nun muss man Güter auch etwas weiterfassen können. Wir können auch Personen transportieren. Personen bewegen sich. Also alles, was physisch bewegt wird, ist ein Grundbaustein der Logistik. Und wir wissen, dass wir heute alleine mit der Bewegung von Gütern oder auch Personen nicht so viel erreichen können. Wir brauchen in der Regel auch noch Informationen. Wenn wir was bewegen wollen, müssen wir wissen, wo es hingehen soll. Manchmal müssen wir auch wissen, wo es herkommt. Und wir reden dann von Quelle und Senke von A nach B. Es kommt von woher und geht wohin. Das kennen Sie vom Taxi. Wenn Sie ein Taxi rufen, dann muss der Taxifahrer wissen, wo er hinkommen soll. Und spätestens dann, wenn Sie einsteigen, manchmal auch schon vorher, will es die Disposition der Koordinator wissen, wo geht die Fahrt hin. Spätestens der Taxifahrer fragt Sie danach, wo es hingeht. Und dann haben Sie den Zielort. Das ist eine Information. Ohne Information kann ich keinen sinnvollen Prozess gestalten. Würde ich im Dunkeln tappeln und würde nicht zielorientiert arbeiten können. Und da haben Sie auch schon wieder so einen Begriff zielorientiert arbeiten, der für die Logistik sehr wichtig ist. Wir wollen effiziente Prozesse gestalten. Ja, und dafür gibt es natürlich irgendwo Voraussetzungen. Das ist nicht immer nur Fachliches als solches, sondern auch Soft Skills, die da eine Rolle spielen. Was zeichnet eigentlich einen guten Logistiker aus? Darauf wollen wir auch ein bisschen eingehen. Und das hat was damit zu tun, wer sich der Ausbildung in der Logistik widmet, möchte professionell werden, möchte vielleicht Methoden so einsetzen, dass am Ende des Tages auch ein Nutzen generiert wird, dass man vorankommt. Wo kommt man voran? In der Verbesserung von Prozessen. Die Abwicklung der Prozesse verbessern. Ja, das erfordert eine gewisse Profession. Und dazu kann man verschiedene Dinge einsetzen, um die zu erreichen. Man kann Qualifikationsmaßnahmen tun. Sie können sich einem Studium widmen, was Sie da tun. Sie können auch sich der Weiterbildung widmen, um entsprechende neue Felder zu erschließen, anzudocken an Ihrem Wissensbestand. Sie können aber auch sich andere Dinge aneignen. Und wir nutzen sehr gerne die Planspiele. Wir arbeiten sehr häufig, nicht nur im Studierendenkreis, sondern auch im Weiterbildungsbereich mit Planspielen. Die können elektronisch unterstützt sein. Dazu nutzt man PC-Labore. Oder, was ich noch viel lieber tue, wir machen haptische Planspiele. Das heißt, Sie arbeiten mit realen Objekten auf dem Tisch, nur eben in Miniatur. Haben Sie einen logistischen Ablauf, den Sie nachspielen. Oder Sie machen auch sowas wie Rollenspiele. Warum Rollenspiele? Ich sagte ja schon, Logistikverständnis hat was mit Prozessen zu tun, wo viele beteiligt sind, interdisziplinar unterwegs sind. Und dann hat man verschiedene Blickwinkel, verschiedene Sichten auf die Logistik. Und um zu verstehen, wie der gesamte Prozess funktioniert, ist es wichtig, die anderen Blickwinkel zu erfahren. Und dafür nutzen wir Rollenspiele, um einzutauchen in die Situation der anderen. Ja, und wenn man das gestalten will, muss man irgendwo wissen, wo will man eigentlich hin? Was soll eigentlich ein Logistiker auszeichnen? Was ist das Wertesystem des Logistikers? Und da landen wir in der rechten oberen Ecke hier, wo wir sagen, wir wollen eine Ideologie des Logistikers formen. Ein Idealbild ist immer schwierig zu 100 Prozent zu erreichen, aber eine Zielvorstellung zu haben, was das Idealbild ist, und danach zu streben, das zu erreichen, das ist ja auch mit dem Wort Profession erkenntlich, dass man da hinstrebt. Und das wäre eigentlich wünschenswert, und wir reden dann von einer Win-Win-Situation, die man erreichen kann für alle Beteiligten. Für denjenigen, der vielleicht in diese Richtung des Idealbildes kommt, aber auch alle anderen, die mit ihm arbeiten, die beteiligt sind, quasi am Zusammenwirken. Wenn wir jetzt nach links oben wandern, machen wir das ja nicht nur für uns selbst oder für die Ausbildung, und dann wird das in die Schublade geschoben, sondern wir machen das ja eigentlich, um in die Welt zu tragen, um anzuwenden. Und da wäre es also wichtig, dass wir natürlich beobachten, was passiert denn eigentlich in der Umwelt. Wir haben Methoden kennengelernt, wie wir logistische Prozesse beschreiben. Jetzt brauchen wir den Anwendungsgegenstand, wir gucken uns Unternehmen an, wir gucken uns Abläufe an. Wir können uns Logistikabläufe beim Dienstleister anschauen, gerade zur Weihnachtszeit immer sehr beliebt, DHL und Co. Hermes, alle müssen Pakete rechtzeitig noch zum Gabentisch bringen. Sie heizen das kräftig an, indem Sie bestellen. Teilweise fährt Ihnen das dann am 23. ein und Sie wollen das noch zum Gabentisch haben. Also Beobachtung. Aber Sie können auch Verkehrsunternehmen wie einen Flughafen nehmen. Viele Menschen wollen weltweit verteilt werden. Sie möchten irgendwo hinfliegen. Nehmen Sie so ein Umsteigekreuz wie Frankfurt. Und jetzt haben wir nicht nur den Passagier, der irgendwo hinfliegen möchte, sondern was soll noch mitkommen? Meistens, wenn wir weit weg fliegen. Gepäck, richtig. Gepäck und Passagier. Und den einen oder anderen hat es schon erwischt, dass der Koffer da nicht dabei war. Er ist nicht mitgekommen. Beim Umsteigeprozess zum Beispiel. Wenn Sie über London oder Paris fliegen, dann sind manchmal die Umsteigezeiten für diese Flughäfen zu knapp. Unter zwei Stunden brauchen Sie gar nichts buchen dort mit Umsteigen, weil das schaffen Sie sonst gar nicht. Und das Gepäck braucht manchmal noch länger. Wenn Sie in Frankfurt fliegen, dann haben Sie in der Regel eine garantierte Umsteigezeit von 45 Minuten. USA ein bisschen länger. Aufgrund von Sicherheitsvorkehrungen sind es 60 Minuten. Und Sie haben eine bessere Performance des Flughafens, weil das Gepäck mitkommt. In zwei Prozent der Fälle kommt es nicht mit. Niemand ist perfekt. Aber in Hisro oder in Charles de Gaulle in Paris haben Sie circa vier, fünf Prozent der Koffer. Also mehr als doppelt so viel Koffer kommen dort nicht mit. Also können Sie sich überlegen, über welchen Flughafen Sie fliegen, wenn es dringend ist, dass Ihr Gepäck dabei ist. Manche fliegen auch extra dann über solche Flughäfen, wo das Gepäck nicht mitkommt. Manch einer ist da Businessflieger und hat ein Businessmeeting und spekuliert darauf, dass er sich dann auf Kosten der Fluggesellschaft einen neuen Anzug kaufen kann, damit er an seinem Businessmeeting teilnehmen kann. Also manchmal hat auch eine logistische Fehlleistung einen Vorderteil. Also wir beobachten solche Systeme. Sie können auch in einen Industriebetrieb gehen. Wenn Sie ein Auto fertigen wollen, dann steckt da viel Logistik in dem Gesamtprozess. Es ist längst nicht mehr so, dass ein Automobilhersteller vom Rohmaterial anfängt, Dinge zu konstruieren und in einzelne Teile zu fertigen, bis er das Gesamtauto nachher montiert. Wir haben eine vielschichtige Wertschöpfungskette, wo wir viele Zulieferer haben. Die liefern Bleche. Die Bleche werden dann in Form gepresst und daraus kann ich die Karosserie dann, ja, noch ist es meistens mit Schweißprozessen versehen und Niedprozessen. Zukünftig werden das Klebeprozesse sein. Warum? Weil sich das Material verändern wird. Wir gehen sukzessive weg vom Stahl. Momentan sehr gerne Aluminium genommen, aus dem Thema Gewicht heraus. Wir wollen leichter bauen, damit wir nicht so viel Treibstoff verbrauchen. Aber der nächste Generationsschritt ist, dass wir auf Carbonfaserstoffe gehen, um noch leichter zu sein. Und die werden geklebt, diese Stoffe. Wir sehen das momentan, wie das sich verändert bei BMW. Wenn man die Gelegenheit hat, das Werk in Leipzig zu schauen. Ganz andere Technologie, die eingesetzt wird, um eine Karosse zu fertigen. Und es wesentlich günstiger ist, überhaupt so eine Fabrik auf die Beine zu stellen. Im Vergleich zu klassischen Presswerken. Ja, und dann geht es weiter. Sie müssen das Fahrchassis zusammenbringen. Sie müssen das Interieur, die Inneneinrichtung, entsprechend montieren. Was da alles reinkommt. Sie kennen das mit der Verkleidung. Sie kennen das Cockpit. Vielleicht ist auch eine Klimaanlage integriert. Ein Audiosystem. Manchmal auch mit Navigation gekoppelt. Das sind alles Zuliefer, man muss schon sagen, Zuliefer-Systeme, die von Lieferanten kommen. Und Sie haben heute locker so ein Netzwerk mit tausend Lieferanten, die hinter so einem Automobilhersteller stehen. Das zu koordinieren und zu organisieren, hat was mit Logistik zu tun. Und das geht dann in der Produktion weiter, in der Frage, welche Reihenfolge nehme ich denn für die Herstellung meiner Fahrzeuge? Das ist nicht unbedingt so, dass man einfach der Reihe nach, wer bestellt, da wird gefertigt. Wenn dem so wäre, würde es passieren, dass die Farben der Fahrzeuge wild durcheinander purzeln. Das ist aber für die Lackiererei nicht der beste Weg. In der Lackiererei wäre es schön, wenn ich die gleiche Farbe öfter hintereinander habe. Weil bei jedem Farbwechsel muss ich im Prinzip meine Anlagen reinigen und habe da immer einen Ausschuss an Farbe, auch umwelttechnisch gesehen, nicht von Vorteil. Zeittechnisch, es dauert, die Anlage umzurüsten auf eine andere Farbe und das wirkt sich auf die Kosten aus. Also wäre es schön, wenn ich verschiedene Aufträge zusammenstellen kann, die die gleiche Farbe haben. Und bei der Masse an Aufträgen, an Autos, die bestellt werden, gelingt das eigentlich auch, die dann so zu sortieren und zusammenzustellen, dass ich Blöcke habe, wo ich mehrere Fahrzeuge der gleichen Farbe hintereinander steuere. Eine Frage der Logistik. Ja, und da guckt man sich dann gerne solche Best Practices an. Lösungen, die hervorragend sind. Ich hatte schon gesagt, Frankfurt Flughafen haben halb so viele Koffer, die stehen bleiben, im Vergleich zu anderen Flughäfen. Also sollte ich vielleicht mir den Prozess beim Flughafen Frankfurt anschauen, wie das funktioniert und nicht gerade London als Vorbild nehmen in der Frage des Gepäckmitnehmens. In anderer Hinsicht, wenn Sie sagen wollen, wer schafft es, welcher Flughafen viel Umsätze im Verkauf zu generieren durch die Geschäfte in den Terminals, dann ist vielleicht Isro gar nicht schlecht. Dadurch, dass die da lange Umsteigezeiten haben, verweilen die Passagiere lange und kaufen viel ein. Wir wissen nicht, was sie mit ihrer Zeit anfangen sollen. Also es ist mal eine Frage des Blickwinkelns, was denn ein Benchmark oder ein Best Practice ist. Damit erfahren wir an der Stelle Vorbilder und können versuchen, wie das auf ein anderes Problemfeld transferierbar ist, adaptierbar. Ja, und da kommt das Programm der Logistik dann als zentral im Mittelpunkt stehend ins Gespräch. Das Unternehmen muss sich eine Strategie überlegen für ihr eigenes Unternehmen spezifisch. Nicht irgendwas kopieren. Meistens passt das nicht. Man kann einzelne Elemente sicherlich greifen aus sowas wie Best Practice und sich überlegen, wie kann ich diese Vorteile bei mir umsetzen. Es erfordert aber eine harte Arbeit, um dieses Programm der Logistik für die eigenen Bedürfnisse, für das eigene Unternehmen, die eigenen Prozesse auszuarbeiten. Setzt auch voraus, dass wir überhaupt die eigenen Prozesse schon mal analysiert haben. Kommen wir wieder auf die Methode, die Beschreibung und die Beobachtung der eigenen Prozesse. Und wenn ich das dann habe, habe ich auch noch nicht das Ganze erreicht. Eigentlich nur die Hälfte der Miete. Die andere Hälfte spielt sich dann hier ab im Planen und Umsetzen. Davon, dass es aufgeschrieben ist, geplant ist, ist es noch nicht realisiert und umgesetzt. Und das ist auch noch mal eine Herausforderung für sich. Wir haben mit Veränderungsprozessen zu tun. Wenn wir am Flughafen sind und Prozesse anders gestalten wollen, dann müssen wir die Mitarbeiter mitnehmen. Die müssen die neuen Prozesse nicht nur lernen, sie müssen auch offen sein dafür. Sie lernen zu wollen. Und Sie kennen das vielleicht aus Ihrem eigenen Erfahrungsschatz. Dinge, die Sie aus langer Tradition gemacht haben, wo Sie gar nicht mehr drüber nachdenken. Das ist für Sie ein leichtes zu tun. Und wenn dann jemand daherkommt und Ihnen sagt, wir machen das jetzt mal anders, dann haben Sie häufig die Situation, warum denn eigentlich? Das läuft doch gut. Ich brauche gar nicht nachdenken. Das mache ich doch von selbst. Warum muss ich was verändern? Und im Hintergrund steht dabei der Gedanke, ich muss ja jetzt etwas anders trainieren, anders lernen. Ich brauche Energie, um es anders zu machen. Einen zusätzlichen Aufwand, den ich treiben muss, um etwas anders zu machen. Und das ist häufig die Hürde. Das ist wie so ein Stein, den man über den Hügel rollen muss. Aber der Blick hinterm Hügel sagt auch, ich kriege Energie zurück. Und oftmals mehr zurück. Das ist der Anlass, wenn ich Prozesse verändere, dass ich mehr gewinne. Trotzdem muss ich erst mal die Hürde nehmen. Also Mitarbeiter zu motivieren, einen Veränderungsprozess mitzumachen, wir reden ja professionell von Change Management oder Neudeutsch, kostet Kraft und Energie. Nicht nur noch für diejenigen, die das vielleicht trainieren und die Mitarbeiter anleiten wollen, sondern die Gemeinschaft kostet es viel Energie. Die Führungsschicht muss dahinterstehen, muss ich beteiligen und die Betroffenen, die Mitarbeiter in der operativen Ebene, die die Prozesse ausführen, müssen mitgenommen werden. Die Betroffenen müssen zu Beteiligten werden. Und das ist gar nicht mal so einfach. Also umsetzen ist nochmal eine Herausforderung für sich. Ja, das mal als Brücke zu Ihrer neuner Matrix. Und wenn wir jetzt mal so ein Beispiel uns anschauen, was so Logistik alles tut, ich habe mal ein paar Beispiele ausgewählt. Hier sehen wir eine Transportkette, mehrgliedrig, weil mehrere Verkehrsträger involviert sind. Wir haben das Beispiel von Kaffee, wird in Südamerika angepflanzt, geerntet, kommt über den Seeschifffahrtsweg dann nach Europa. Und hier haben wir mal zwei Situationen, früher und heute. Früher ging es dann weiter, ja, angelandet in Bremen, wurde es dann entsprechend verladen auf LKWs und nach Berlin gefahren. Man hat schon den Vorteil, dass man in der historischen Entwicklung einen logistischen Schritt gestaltet hat. Ganz, ganz früher war es so, dass der Kaffee in Säcken verladen wurde. Das heißt, die Säcke wurden aufs Schiff verladen. Dann hat man schon den nächsten Schritt gemacht, die Säcke in ein Netz gepackt und das Netz verladen. Das ging dann schon mal schneller. Heute ist gang und gäbe und das ist eine der Innovationen in der Logistik, wenn man so will, in den 60er Jahren passiert, wurde der Container erfunden. Heute nicht mehr wegzudenken aus dem Welthandel. Sie sehen überall diese Container auf Seeschiffen, auf Hafenanlagen. Selbst bei uns in Magdeburg haben wir ein Container-Terminal. Warum? Es können viel mehr Güter auf einmal umgeladen werden. Das Umladen ist ein Engpass. Wir sagen auch Bottleneck. Warum? Es kostet Zeit. Und wenn ich die einzelnen Kaffeesäcke nehmen würde und aufs Schiff transportieren würde, vielleicht mit einer Schubkarre, und umgekehrt beim Ausladen genauso, dann können Sie, glaube ich, sehr gut nachvollziehen, wie viel Zeit das kostet. Und so nehme ich einen ganzen Container mit, naja, vielleicht passen da so 150, 200 Kaffeesäcke hinein und kann sie mit einem Schlag umsetzen. Braucht dafür natürlich eine Krananlage. Das kann ich also nicht mehr aller Schubkarre selber schieben. Macht das mit einer Krananlage, braucht aber einen Bruchteil der Zeit. Und das heißt an der Stelle, das Schiff muss nicht so lange im Hafen liegen. Liegezeit kostet Geld dem Betreiber. Aber nicht nur das, sondern ich kann das Schiff nicht nutzen für den eigentlichen Zweck. Denn wenn es steht und liegt im Hafen, erfüllt es nicht den Zweck des Transportes. Es ist verschwendete Prozesszeit. Ein Schiff verdient dann Geld, wenn es fährt. Und das können Sie übertragen auf alle anderen Verkehrsträger auch, LKW, Flugzeug. Ein Flugzeug verdient Geld, wenn es in der Luft ist und nicht, wenn es im Flughafen steht. Also Umsteigezeiten zu reduzieren, heißt übertragen auf das Gerät, das Transportgerät, das Flugzeug, heißt es, die Standzeiten am Flughafen zu minimieren. Also den Turnaround des Flugzeuges möglichst klein halten. Schnell ausladen, schnell einladen, wenig Aufenthalt und wieder raus. So gibt es Fluggesellschaften, die schaffen es am Tag ein bis zweimal ihren Flieger mehr in der Luft zu haben. Kommt mal auf die Destination an, auf die Flugziele, aber nehmen wir mal jetzt hier innerdeutschen Luftverkehr an, da gibt es Fluggesellschaften, die schaffen halt dieselbe Maschine ein bis zweimal mehr am Tag in der Luft zu haben und das ist ein Wettbewerbskriterium für die Wirtschaftlichkeit. Neben der Transportkapazität, die ich natürlich dann auch vergrößere. Aber zurück zu unserem Beispiel des Cafés. Also Container, wesentliche Innovation, ich kann die Umschlagszeiten beschleunigen und der zweite Aspekt, der noch mit zusammenhängt, ich habe eine Standardisierung. Diese Container sind genormt, weltweit. Es gibt mehrere Containerarten, aber die sind alle genormt, sodass jeder, der sich als Dienstleister aufschwingt, Containerhandling zu machen, damit umgehen kann. Der hat Gerätschaften, die Kräne sind genormt, um diese Container aufzunehmen, die Schiffe mit ihren Ladeplätzen sind alle genormt auf den Standard der Container. Wir haben 20-Fuß- und 40-Fuß-Container als solches. Die sind dann halb so groß wie die 40-Container. Das alles ist im Umschlag genormt und diese Standardisierung bringt unheimliche Vorteile im Handling. Jeder kann damit umgehen. Gleichzeitig habe ich Wettbewerb im System. Nicht nur einer hat ein Monopol, mit dem Container irgendwo zu fahren und ihn umschlagen zu können, sondern wir haben eine breite Palette an Auswahlmöglichkeiten, wer das durchführen kann. Früher per Lkw auf der Straße als solches dauerte der Lkw-Entladung 45 Minuten. Hier sieht man mal pro Jahr, was das bedeutet. Gerade in heutigen Zeit unserer Umweltbelastungsdiskussion ein wichtiger Faktor. 4.300 Lkw pro Jahr, nur um die Kaffeesäcke nach Berlin zu fahren. Das passiert heute ganz anders. Der Rohkaffee wird in Container geschüttet als solches. Es gibt also extra Container, wo die schon ausgepackt sind. Es gibt Ganzzüge, jeden Tag, jeden Werktag einen Ganzzug, der nach Berlin fährt. Und der Zug ist emissionstechnisch, CO2-Emissionen, wesentlich besser als der Lkw. Und ja, so kann ich also mit einem festen Fahrplan das nach Berlin ins Werk fahren, aufs Werkgelände und kann den Kaffee dort verarbeiten. Die Entladung eines solchen Containers, ich brauche das nur ausschütten, ist dann im Vergleich zum Lkw deutlich schneller, fünf Minuten. Und klar, das kostet Geld, so ein Verfahren zu installieren. Ich habe immer mit Veränderungen auch Investitionen und dann ist es eine Herausforderung für den Planer zu berechnen, wann lohnt sich denn eine Investition, wie ist die Amortisationszeit. Aber Sie können davon ausgehen, dass das hier kleiner zwei Jahre war. Die meisten Umsetzungen für Lösungen erfordern eine Amortisation von zwei, drei Jahren. Das ist so ein Erfahrungswert aus der Industrie, was Entscheider noch mittragen. Wenn das längere Zeiten erfordert, wird es schwierig, weil häufig die handelnden Personen gar nicht so viel Zeit haben. Die wechseln dann ihren Managerposten oder gehen in Pensionen und wollen noch was vorher erledigt haben. Der Kreislauf der Verantwortlichkeiten ist häufig durch Zyklen geprägt und die sind dann so drei, vier, fünf Jahre und da möchte man ganz gerne auch Amortisation in der kürzeren Zeit realisiert haben. Nicht so viel Kapital binden, sondern wieder reinholen. Dieses Beispiel für die Transportketten, der Handel, der Handel hat auch mit Logistik zu tun. Wir haben ja in der Regel eine Struktur vom Großhandel über Einzelhandel zum Kunden. Parallel dazu haben wir heute den Onlinehandel über Internet, der umgeht dann die Einzelhandelstufe. Häufig ist ein großes Handelsunternehmen dann mit einem separaten Onlinezweig auch noch direkt verbunden. Ja und da müssen Sie halt sich überlegen, wie kann ich denn mit verschiedenen Gütern umgehen? Ich sag mal Konsumgüter in der Dose kann ich recht gut handeln, aber wie ist es mit Frischware, Obst oder Tiefkühlware hat ganz andere logistische Anforderungen. Einmal bei der Lagerung muss ich Temperaturbereiche beachten, aber auch beim Transport. Ich kann nicht plötzlich Tiefkühlware, was aus minus 20 Grad im Lager kommt, dann im Lkw bei irgendwie 10 Grad plus transportieren und dann dem Verbraucher wieder zumuten, dass das einfriert. Da habe ich dann einen Bruch in der Kette, nämlich aus den Qualitätsgründen der Haltbarkeit. Also muss ich über die gesamte Transportkette zusichern, dass es immer unter minus 20 Grad bleibt. Oder im Handel die Frage, wie verändert es sich aufgrund von Wetterlagen? Sie haben das auch schon mal erlebt, heißer Sommer und plötzlich kein Wasser mehr im Supermarkt. Das darf bei guter Logistik nicht passieren. Also wer gute Logistik organisiert, verbunden mit dem Einzelhandel, der antizipiert die Wetterlage. Und disponiert im Vorfeld halt dann mehr Wasser. Also nicht das mit Doppel-E, sondern das mit H. Ja, oder wenn ich neue Märkte eröffne, wo tue ich denn das? Wo kann ich denn neue Geschäfte eröffnen, wo ich entsprechende Kundschaft habe? Wenn Sie sich mal den Drogeriemarkt anschauen, dann haben die da häufig Präsenzen. Gar nicht mal so weit weg. Sie gehen um die Ecke und schwupp, haben Sie die nächste Filiale. Macht das denn Sinn überhaupt? Ist doch nur 200 Meter entfernt und schon laufe ich wieder in dieselbe Filialkette. Mal ganz zu schweigen, dass die anderen Drogerieketten auch nicht weit entfernt sind. Also habe ich auf einem Quadratkilometer irgendwie gleich Möglichkeiten von 10 Drogerien, wo ich einkaufen kann? Na klar, kann ich dazu was sagen. Also die Frage ist, ob der Online-Handel quasi den Einzelhandel, den stationären Handel ersetzt. Aber bevor ich was sage, würde mich interessieren, was Sie denn meinen. Löst der Internethandel den stationären Einzelhandel ab? Ja, also das ist ein Phänomen, was wir beobachten. Man geht in Geschäfte, wählt was aus. Jetzt haben Sie den Fall beschrieben, man bestellt auch dort und kriegt es nach Hause geliefert. Man möchte also nicht mehr mit der Logistik des Selbertragens konfrontiert sein. Vielleicht möchten wir noch ein paar andere Shopping- Gelegenheiten nutzen und nicht dann mit wachsenden Beuteln durch die Gegend. Das ist ein Szenario. Ein anderes Szenario, was weniger einzelhandelfreundlich ist, man geht in die Filiale, lässt sich beraten und sagt Dankeschön, jetzt weiß ich, was ich kaufe und zack, nach Hause, ab in den Online-Shop. Da kriege ich es ja günstiger. Ist oftmals so, weil ich meine, der Einzelhandel hat stationäre Kosten. Wir haben Mietkosten für die Fläche, wir haben Personalkosten, wenn es gute Fachverkäufer sind. Aber deswegen geht man ja da hin, um den Tipp zu kriegen, was man eigentlich auswählen sollte an Produkt. Also Sie sind in einem Dilemma, ein Erfahrungswert von dem, was Sie kaufen wollen, zu kriegen. Wir hatten das Beispiel Kleidung, was Sie angesprochen hatten. möchte ich gerne wissen, gefällt mir das, passt mir das und so weiter. Und welche Alternativen habe ich? Und da muss man feststellen, dass häufig eben der Einzelhandel nicht wettbewerbsfähig ist und man dann zwangsläufig den Weg über den Online-Handel geht. mittlerweile habe ich auch bestimmte Produkte, die ich eben gerade beim Kleidungbereich dann ausprobieren kann, auch zu Hause. Ich kann es ja wieder zurückschicken. Und das führt häufig zum Trend, naja, dann bestelle ich mir halt zwei Paar Schuhe, also unterschiedliche Größen, probiere die an und eins geht zurück. Das ist aber nicht so trivial für die Abwicklung. Die Online-Händler haben sehr stark zu kämpfen mit den Retouren. Die freuen sich über die Bestellung, aber die ärgern sich darüber, dass locker 30, teilweise 60, 70 Prozent je nach Produktgattung wieder zurückgeschickt wird. Weil einfach mal probieren, geht ja schnell, einfach und man schickt das wieder zurück. Zu Beginn des Online-Handels war es auch noch so, dass der Verbraucher es kostenlos zurückschicken konnte. Die Online-Händler waren verpflichtet, es entsprechend selber zu tragen, die Rückschickkosten. Das hat man geändert jetzt, dass es ab einem bestimmten Wert, ich glaube 75 Euro, muss die Bestellung überschreiten. Nur dann ist der Händler verpflichtet, es kostenfrei zurückzunehmen. Manche Händler machen das auch trotzdem bei kleineren Bestellwerten als Service, aber die müssen das nicht mehr. Und manche Händler haben auch wirklich ein Problem, diese Rückführungskosten zu tragen und insofern sind sie dann verpflichtet, selber die Paketkosten zu tragen für die Rücksendung. Und was wir da auch auslösen, ist natürlich einen zusätzlichen Verkehr. Der Logistik-Dienstleister freut sich, er hat quasi mehr Pakete hin und her zu schicken, aber aus logistischen Effizienzgründen ist das nicht unbedingt immer der beste Weg. Und viele haben auch damit zu kämpfen in der Organisation der Verkehrsinfrastruktur. Sie erleben das dann hier und da an den Stellen, wo so ein Paket-Dienstleister in zweiter Spur auf der Straße den Stau auslöst. Das wird zunehmen. Das hängt damit zusammen, dass der Online-Handel in der Tat gewinnt an Akzeptanz und immer mehr Produkte auch online-fähig werden. Früher hat man das gar nicht so gedacht. Bei Büchern, ja, okay. Musik ist ganz digitalisiert. Da brauche ich keine CD mehr, das mache ich per Streaming. Und immer mehr Bereiche wandern im Prinzip in den Online-Handel. Die Frage ist nur, die Sie ja stellten, macht das den Einzelhandel kaputt? Nein, es verändert ihn. Es wird Verlagerungen geben, aber es wird den Online-Handel nicht nur alleine geben. Es wird nicht zu 100% über Online-Handel abdeckbar sein, weil einfach wir Menschen unterschiedlich sind und unterschiedliche Vorlieben haben. Manche wollen einfach nur den Erfahrungskauf und das Erlebnis in einem Einkaufscenter zu sein. Denen macht das Spaß, da hinzugehen. Weil die dann auch noch was essen oder Freunde treffen oder gemeinsam shoppen gehen. Das ist schwierig. Gemeinsam shoppen, man kann vom Bildschirm gemeinsam hocken, aber das richtige Erleben hat man dann nicht. Das trifft nicht für jeden zu. Das kommt sicherlich auch ein Stück weit auf die Generationen an, aber Sie werden es nicht erleben, dass 100% des Absatzkanals nur noch über Online funktioniert. Sondern es wird einfach nur einen weiteren Kanal geben und die Frage ist, welchen Anteil hat er. Und ein Online-Händler hat die Aufgabe für sich zu optimieren, wie er mit den Retouren umgeht. Und der Einzelhandel oder auch Großhandel, wie auch immer die aufgestellt sind, haben das Problem oder die Herausforderung nachzudenken, auf welchen Verkaufskanälen will ich präsent sein. Will ich also additiv zu meinem stationären Handel auch noch den Online-Handel mit reinnehmen, damit ich diesen Marktanteil nicht verschenke. Manche Branchen, Textilbereich liegt vielleicht bei 15% der Anteil, der über Online-Händler geht. Möchte ich als eine stationäre Handelskette auf diesen Verkaufskanal verzichten oder nicht? Bin ich bereit zu investieren? Ich muss ja eine Online-Plattform aufbauen, damit ich das auch parallel mache. Bin ich dazu bereit zu investieren? Bringt mir das genügend im Verkauf? Dann mache ich das. Das muss jedes Unternehmen für sich entscheiden, ob sie parallel einen Kanal auf den Weg bringen. Hat aber erstmal auch wieder mit Investitionen zu tun. Und so sehen Sie das häufig, wenn Sie Internetplattformen haben, stehen da Geschäfte, die physisch irgendwo präsent sind. Die nutzen an der Stelle das Internet als weitere Verkaufsplattformen, möglicherweise, um auch eine größere Region zu erfassen. Sie haben ihr Einzelgeschäft, in irgendeiner Stadt Deutschlands und ehe Sie woanders noch weitere Filialen aufmachen, was ja kostspielig ist, nutzen Sie lieber den Weg über den Online-Handel. Deswegen würden Sie aber ihr eigenes Geschäft in der Heimatstadt nicht zumachen. Und so geht es vielen Online-Händler. Die haben meistens eine physische Präsenz noch. Ist auch nicht ganz so tragisch, weil sie müssen sowieso die logistischen Strukturen dafür haben. Irgendwo muss die Ware zwischengelagert werden, sie muss verpackt werden, vielleicht gibt es gerade Services, die Sie da hinzufügen, eine Grußkarte, gerade zu Weihnachten, Verpackungsservice und so weiter. Also das muss ja alles physisch geschehen. Am Ende des Tages kommt ein physisches Produkt beim Kunden an. Die Frage ist nur, welchen Weg nimmt es? Über den Einzelhandel und möglicherweise, dass der Kunde es selber abholt oder eben rein online. Ja, Vorsicht, das ist ein neuer Versuch, den wir gerade jetzt werbetechnisch erleben. Sie hören alleweil im Radio oder in den Plakaten die Plattformen, die Ihnen Frischware nach Hause liefern. Das hatten wir 2000 auch schon und viele sind daran gescheitert und pleite gegangen. Generell viele Online-Händler sind nach dem Hype um die Jahrtausendwende pleite gegangen, weil die Kundschaft noch nicht offen war. Viele meinen, die jetzt sowas anbieten, die Kundschaft ist jetzt offener dafür. Das könnte auch sein. Die jüngere Generation hat eine höhere Affinität zu so etwas. Die Frage ist nur, wenn die jüngere Generation älter wird, ob sie dann auch diese Vorlieben noch teilen wird. Naja, die Zukunft wird zeigen, ich bin da skeptisch, weil auch dann die Essensgewohnheiten ein bisschen anders werden. Sieht man dann an mir. Da geht man doch lieber ins Restaurant, statt sich die Fastfood-Schichte nach Hause zu bestellen. Also es ist eher vielleicht ein Wettkampf zwischen Fastfood-Kette und dessen, was ich an vergleichbaren Produkten geliefert bekomme. Es haben viele Lebensmittelhändler auch schon mehrere Durchläufe durch. Immer wieder machen sie Anläufe, wo man sagt, naja, ist es nicht für den Konsumenten einfacher, dass er auch Frischware nach Hause geliefert bekommt. Auch da unterschätzt man den Spontankauf, Dinge anders haben zu wollen. Man kann sicherlich einige Produkte definieren, die kaufe ich jede Woche. Aber dann fehlt trotzdem immer noch das eine oder andere, was dem individuellen Bedürfnis entspricht, wo man Lust drauf hat. Und dann trotzdem einkaufen zu gehen und dann nur noch drei Sachen mitzunehmen, dann habe ich einen doppelten Aufwand. Ich muss online bestellen, ich muss trotzdem ich bin da skeptisch. Also viele machen Werbung und in der Tat der Anteil der Frischkost, die über Online-Plattformen gehen wird, wird steigen. Aber ob das so gravierende Höhen einnimmt, wie wir im Buchhandel haben oder sogar im CD, also Lead-Bereich als solches, das bezweifle ich sehr stark. Aber in der Tat gibt es die Tendenzen. Wir sehen auch Pilotversuche von Amazon in Amerika, die in den Frische-Bereich reingehen und gleichzeitig auch sagen, innerhalb von zwei, drei Stunden wird ausgeliefert. Das können die aber nur in Regionen machen, wo sie die kritische Masse haben, also in Ballungsregionen. Auf dem Land wird das nicht passieren. Die machen dann Rosinenpicken an der Stelle und das wird wieder dazu führen, dass der ländliche Raum benachteiligt wird. Ob das eine gute Entwicklung ist, sei mal dahingestellt. Aber bei vielen Dingen ist es fraglich, brauche ich das wirklich zwei, drei Stunden später? Brauche ich das am selben Tag? Das wird ja auch in Deutschland eingeführt, auch wieder in Ballungsregionen, wo ich eine kritische Masse habe. Warum? Damit ich bündeln kann. Das rechnet sich nur, wenn ich mehrere Kunden in einem Zug geliefere. Wenn ich jeden Kunden einzeln anfahren würde, dann muss ich dafür auch was bezahlen, sonst rechnet sich das nicht. Und das haben sie, wenn sie im Geschäft einkaufen, in der Regel, na klar, bietet der ein oder anderen Lieferservice und plötzlich müssen sie dafür 5 Euro zahlen. Haben wir auch solche Anbieter bei uns, die machen das geschäftsunabhängig, sind sie Kunde, haben einen Vertrag, dann holen die das ab beim Geschäft, bringen das nach Hause, kostet glaube 5 Euro. Da fängt dann der Konsument doch an. Ich kaufe etwas für 15 Euro und lasse es für 5 Euro nach Modelle zu Ende denken und das geht nur über die kritische Masse, wenn ich genügend Kunden bündeln kann, sodass ich im einen Rutsch dann ausliefere, das schaffen die Paketdienstleister. Für Einzelhandel ist das schwierig zu organisieren, ob das dann solche freiwilligen Plattformen machen, das wird sich noch zeigen. Das zum Thema Handel. Logistik aus der Industrie, auch sehr spannend, hier Beispiel Airbus. An so einer Montage haben wir knapp 600 Anlieferpunkte. Also an 600 Punkten wird geschraubt, gebastelt, gearbeitet, um diesen Flieger fertig zu machen. Und früher war es so, dass Airbus das selber organisiert hat. Die haben einen Waren Eingang, da kommen alle Teile an, die werden erfasst, aufgenommen, auf Qualität geprüft und kommen dann in die Produktion, werden da einfach abgestellt in der Ecke und dann sucht der Mitarbeiter sich seine Sachen raus und geht zu einem der 600 Punkte und montiert. Dann können Sie sich vorstellen, dass der Mitarbeiter, der da montieren muss, nicht eine ganze Zeit mit Montieren verbringt, sondern er sucht die Teile, er packt sie aus und schleppt sie quasi dann dahin zu dem Ort, wo er es braucht. Das müssen Sie sich vorstellen, es wäre dann im Krankenhaus so, dass der Chefarzt ankommt, sich sein Besteck suchen muss, anfängt es zu desinfizieren, um es dann zu benutzen. Oder es ist schon desinfiziert, dann ist es eingepackt, er packt es aus und darf dann operieren. Wenn er Pech hat, ist dann die Narkose schon wieder zu Ende und muss Nachricht spritzt werden. Erleben Sie nirgendwo, oder? Macht keinen Chefarzt. Der kriegt das gereicht. Der kann sofort loslegen, möglichst von einem Operationssaal in den nächsten gleich, schlüpft in die Handschuhe, die ihm hingehalten werden, sehen wir so schön in diesen Fernsehserien und zack das Besteck. Das ist ja nicht nur im Fernsehen so, das ist auch so in der Realität. Zeit ist Geld bei dieser Ressource, möglichst noch eine OP erledigen können und damit den OP-Saal auch optimal ausnutzen. Das erleben wir dann in der Optimierung auch in solchen Produktionsbetrieben. Der Mitarbeiter, der montiert, ist dafür ausgebildet, er hat Qualifikationen und er ist nicht ausgebildet, um Material auszupacken. In dem Fall hat man dann sich entschieden, in Hamburg einen Dienstleister, nämlich Kühne Nagel mit der Tochter Stute zu nehmen. Die haben ein sogenanntes Logistik-Center, Warehouse-Center, nahe bei der Produktionsstätte von Airbus und die beliefern die Produktion. Aber nicht nur das, sie bekommen erst mal von den Lieferanten, die ja die Teile herstellen, das Ganze geliefert, das ist so 90% des Volumens, die anderen 10% haben Größenordnungen, da lohnt es sich nicht noch einen Umschlag zu machen, die werden dann gleich angeliefert, zum Beispiel so ein Tubus, die Hülle, das sind einzelne Segmente, mehrere Meter groß, wenn ich die noch irgendwo zwischenlagern würde und wieder anfassen muss, ist so aufwendig, die kommen direkt gleich ins Werk. 90% aller Kaufteile gehen in dieses Warehouse-Center und dann bedient der Dienstleister einmal den After-Sales-Market irgendwann fallen Teile aus, müssen ersetzt werden, Ersatzteile müssen weltweit verschickt werden, macht ca. 40% des Volumens aus, ist nicht planbar, wann fällt ein Teil aus, wissen Sie vorher nicht in der Regel, muss dann sehr kurzfristig innerhalb von Stunden zum Zielort gelangen und 60% der Teile geht in die Produktion an diese 600 Orte und wird vom Dienstleister montagegerecht angeliefert, ist ausgepackt, ist bereitgelegt, ein Griff reicht und ich kann es montieren. Das heißt, der Mitarbeiter wird in die Lage versetzt, sich auf seine Kerntätigkeit das Montieren zu konzentrieren und hier gibt es noch die Besonderheit, dass 10% der Abrufer kleiner eine Stunde sind. Das heißt, es ist irgendwas passiert, man hat bei der Montage einen Teil zerstört, ich brauche einen Ersatzteil in der Produktion, ein neues Teil und fordere es an, das muss also innerhalb von einer Stunde auch dann am Zielort bereitgestellt werden. Also da gibt es dann einen Regelverkehr zwischen diesem Warehouse und dem Werk. Nur ein Beispiel, Sie können in der Automobilindustrie ähnliches beobachten, da wird am Band bereitgestellt, da werden Sitze in der richtigen Reihenfolge, wie am Band montiert wird, angeliefert vom Sitzlieferanten, und Sie kennen das vielleicht selber, manche wollen Stoffsitze, manche Ledersitze in den unterschiedlichsten Farben, manche haben elektronische Steuersystemen für die Höhenverstellung dabei, manche haben noch einen Lautsprecher integriert. Das sind also alles Konfigurationen, die dann ein Sitzlieferant als System anliefert und das in der richtigen Reihenfolge, wie es der Hersteller braucht. Da sehen wir dann eine recht hohe Komplexität, die die Logistik beherrscht. oder beherrschen kann. Hier haben wir das Automobilnetz, nur als Beispiel, ich glaube BMW ist das, mit verschiedensten Werken, verschiedensten Zulieferern weltweit unterwegs, wo dann entsprechende Lieferprozesse stattfinden. Wenn wir jetzt die Beispiele gehört haben, gelingt es uns vielleicht auch ein Stück weit die Logistik mal als Definition zu fassen. Und entsprungen ist es in der Historie aus militärischen Quellen. Das waren die ersten Bedarfsträger, die an der Stelle eine Versorgung haben wollten für ihre Infrastruktur. Sie können auch auf Hannibal denken, der über das Gebirge zog und dann entsprechend Versorgungsengpässe hatte. Der hatte dann Probleme. Und insofern war das Militär immer daran interessiert, eine Güterversorgung möglichst gut darzustellen. Und die wirtschaftliche Logistik, wie wir sie heute kennen, in unserer Weltwirtschaft, hat dann im Nachgang des Zweiten Weltkrieges stattgefunden. Also noch recht jung eigentlich, wenn man so will. Auch in der Wissenschaft, eine sehr junge Wissenschaftsdisziplin, wenn man das vergleicht mit anderen Disziplinen. Ja, und das ist vorangetrieben worden, dann durch solche Entwicklungen wie dem Container. In den 60er Jahren ist das entwickelt worden. Da gibt es auch einen Film drüber, ich weiß jetzt zwar nicht genau, wie der Titel heißt, aber Sie können das sicherlich googeln, die Entwicklung und Erfindung des Containers. Ein Spediteur in den USA war sehr erfolgreich mit seinem LKW-Transport und hatte diese Vision und Idee, eine standardisierte Transportbox zu entwickeln und hat dabei sein Unternehmen quasi aufs Spiel gesetzt, weil keiner diese Transportbox haben wollte. Bis auch hier wieder ihm das Militär half, nämlich in den 60er Jahren gab es die kriegerischen Einsätze in Asien, Korea und so weiter und das Militär hatte die Frage, wie können sie eigentlich ihre Gerätschaften sinnvollerweise in die Regionen transportieren und da kam diese Transportbox zu Hilfe und erst danach hat auch die Wirtschaft, die Industrie, der Handel entdeckt, das ist ja gar nicht so schlecht, so eine Transportbox und auch noch standardisiert und dann begann der Container seinen Siegeszug. Ja und wir sprechen aus den Beispielen, die ich Ihnen genannt hatte, in der Logistik von verschiedenen Anforderungen, wir nennen das die 8Rs der Logistik, wir wollen die richtigen Güter bewegen, klar, sie wollen nicht das falsche bekommen zu Hause, nicht das, was sie nicht bestellt haben, sondern das, was sie bestellt haben, die richtigen Güter mit der richtigen Information, möchte wissen, was das ist, was ich da kriege, möchte vielleicht auch wissen, wann es kommt, die richtige Menge und die richtige Qualität, also es soll nicht kaputt sein, wenn ich fünf bestellt habe, möchte ich fünf haben, zur richtigen Zeit, wenn ich einen Terminwunsch habe, dann möchte ich den gerne erfüllt haben, klappt nicht immer, dann kriege ich zumindest mal eine Bestätigung und die sagen mir dann, wann ich es bekomme, also die guten Logistiker sagen, es kommt dann und dann. Manchmal ist es auf eine Kalenderwoche fokussiert, manchmal auf den Tag, bei den Kurier- und Expressdiensten kann man ja sogar dann Produkte wählen, die einem garantieren, vor zehn kommt das Produkt. Dann ist die Leistung aber nur erfüllt, wenn es auch so eintrifft, also zur richtigen Zeit, so wie versprochen. Am richtigen Ort, sie möchten nicht, dass es dann woanders landet, ist immer ärgerlich, wenn es normalerweise nach Hause geschickt wird, sie sind nicht da Postfiliale abholen und die hat natürlich dann zu, wenn sie Zeit haben und hinkommen. Deswegen haben wir heute Paketstationen, damit das Ganze entspannter geht. Ja, zum richtigen Preis, heißt nicht zum billigsten Preis, richtiger Preis heißt immer, Preis-Leistungs-Verhältnis muss stimmen. Nicht überteuert, aber auch nicht so billig, dass ich die anderen Ziele verletze. Und ökologisch richtig. Wir wollen heute an der Stelle nachhaltig unterwegs sein, auch die Ökologie betreffend. Möchte nicht an der Stelle mehr Emissionen verschleudern, als notwendig ist. Da sehen Sie schon so einen Zielkonflikt mit unserem Online-Handel und den Paketdiensten. Wir treiben das nach oben, aber ökologisch gesehen ist das eigentlich keine gute Entwicklung. Ja, und so kann man sich dann auch ein paar Beispiele hier nochmal zu Gemüte führen. Wir kümmern uns, wie gesagt, nicht nur um die Durchführung, sondern wir fangen in der Planung an, solche logistische Systeme aufzusetzen. Dann müssen sie gesteuert und koordiniert werden und am Ende des Tages haben wir die Durchführung und das Ganze nicht nur unternehmensintern, sondern wie Sie am Beispiel der Automobilindustrie gesehen haben, ist das ein Netzwerk von Unternehmen. Und das funktioniert nur gut, wenn die zusammenarbeiten. und das ist keine leichte Aufgabe. Sie haben ja schon teilweise Konflikte in einem Unternehmen, der Einkauf versteht sich nicht mit der Produktion, die Produktion nicht mit dem Vertrieb und Sie wollen die erstmal unter einen Hut bringen und jetzt soll ich das auch noch mit den anderen Unternehmen machen. Da können Sie dann erahnen, wie wichtig das ist und die Kopplung von Informations- und Güterflüssen. Das ist auch nicht so trivial. Die IT hilft uns, je bessere Verfahren wir haben, aber wir dürfen nicht vergessen, je bessere Verfahren wir haben IT-technisch, desto mehr Informationen bekommen wir, mit denen müssen wir auch umgehen. Stichwort Big Data. Alle schwärmen davon, was man damit machen kann. Ja, aber was machen Sie damit? Wer beherrscht denn die Daten auszuwerten? Alle haben Angst an der Stelle, die NSA liest alle unsere Daten. Ja, mag sein. Aber ich glaube nicht, dass die NSA die Zeit hat, alle Daten auch auszuwerten, sondern sie fokussiert sich auf bestimmte Dinge. Dass unsere Bundeskanzlerin dabei ist, ist nachvollziehbar, ist vielleicht eine wichtige Persönlichkeit, ist vielleicht interessant, was sie so kommuniziert. Aber unser einer Normalbürger an der Stelle, den Aufwand könnte auch eine NSA nicht treiben. Dafür haben wir viel zu viel Daten. Und das im Umkehrschluss, wenn ich Daten und Informationen nutzen will, muss ich mir vorher die Frage stellen, was will ich denn eigentlich machen mit den Daten? Welche Daten brauche ich denn überhaupt, um die Datenflut einzugrenzen? Und Sie merken das persönlich vielleicht an Ihrem E-Mail-Postfach, was da alles drin landet und wie viel Aufwand es ist, das auszusortieren. Ja, und so sehen wir also verschiedene Dinge hier. Bei Medikamenten, wie kann ich da die Versorgung in kurzer Zeit vornehmen? Beim Automobilwerk hier mal mit Zahlen unterlegt, 1200 Fahrzeuge werden pro Tag gebaut, in 350.000 Varianten. Innerhalb von vier Stunden muss also die richtige Sitzgruppe für den Einbau in der Montage bereitstellen. Da können Sie dann auch nachvollziehen, welches Risiko in so einer logistischen Kette steckt, wenn der Sitz nicht ankommt. Muss ich mir Gedanken machen, was tue ich eigentlich, damit ich jetzt keinen Stau in der Produktion habe, nur weil der Sitz nicht da ist. Muss ich also alternativ Verfahren mir überlegen, Notstrategien, baue ich zum Beispiel einen Dummy-Sitz ein, damit die Produktion nicht aufgehalten wird und am Ende, wenn der Sitz da ist, wechsle ich das aus. Also jede logistische Optimierung erfordert auch das Denken an der Abweichung vom Plan. Wir werden es nie schaffen, einen physischen Plan zu 100% immer funktionieren zu lassen. Sie werden immer Abweichungen haben und damit umzugehen, das ist dann gleichermaßen eine Herausforderung an den Logistiker. Ja, Supermarkt mit der frischen Ware oder hier Flughafen Frankfurt, hatte ich schon kurz angesprochen, wenn wir das mit Zahlen nochmal fassen, haben wir jeden Tag 80.000 Passagiere mit 45 Minuten Zeit und ihren Koffer. Gut, viele sind Business-Passagiere, die haben nur Handgepäck, aber lassen Sie es 50.000 Koffer am Tag sein, die damit bewegt werden müssen und koordiniert werden müssen, dass Passagier und Koffer den Flieger entsprechend erreicht. Das kann ich planen und organisieren, aber jetzt kommt eben die Abweichung vom Plan, der Flieger kommt nicht pünktlich an, weiß ich, Wetter, Wetter spielt nicht mit, der kommt verspätet an und schon schmilzt meine Umsteigezeit, nicht nur für den Passagier, der rennt vielleicht, der kann das selbst in die Hand nehmen, der weiß auch, wo er hin muss und zack, ist er im neuen Flieger. Der Koffer muss in der Reihe ausgeladen werden, wie er eingeladen war, also wenn er als erstes eingeladen war, kommt er als letztes raus. Den kann ich nicht unbedingt beschleunigen beim Ausladen, beim Weg vielleicht schon, dann kann ich ihn direkt zur anderen Maschine fahren, dazu muss ich aber auch wissen, welchen Koffer betrifft es. Frage der Informationslogistik. Was passiert jetzt aber, wenn ich weiß, wo der Koffer hin muss von der Maschine und der Passagier schafft die Maschine nicht? Hat sich verlaufen im Terminal, gar nicht mal so selten in Frankfurt. Das heißt, der Koffer fährt zur neuen Maschine, wo er ja hin muss, aber der Passagier kommt da gar nicht an. Der Koffer wird verladen und der Passagier ist immer noch nicht da. Die Fluggesellschaft sagt, no way, Türen werden geschlossen, und wir fliegen ab. Dumm, geht nicht, weil Koffer drin und Passagier nicht drin. Koffer darf nicht alleine fliegen, wenn Passagier nicht drin ist. Könnte ja eine Bombe sein. Also Koffer muss wieder ausgeladen werden. Vielleicht schafft es jetzt gerade der Passagier doch reinzukommen, wird er wieder eingeladen. Also Sie sehen, die Abweichung vom Plan kann so einiges durcheinander wirbeln. Um das Beispiel zu Ende zu bringen, der Passagier schafft den Flieger nicht, der Koffer ist wieder ausgeladen, jetzt nimmt der Passagier den nächsten Flieger. Klar, er will ja trotzdem ankommen. Wenn er nach Berlin von Frankfurt weiterfliegen will, hat er aber vielleicht noch Glück, dass in einer Stunde der nächste Flieger geht. Jetzt muss aber der Koffer auch in den nächsten Flieger rein. Wie erfährt er das? Normalerweise klebt er ein sogenannter Tag an dem Koffer. Da ist ein Barcode drauf und da steht auch drauf, wo er hin soll. Da steht der Zielflughafen drauf und das ist gekoppelt mit der Maschine, die nun leider weg ist. Gute Flughäfen haben entsprechendes Informationssystem im Hintergrund und die ordnen dann diesem Tag, der über Barcode identifizierbar ist, eine neue Maschine zu. Das passiert alles im Hintergrund elektronisch. Ich brauche diesen Tag nicht mehr anfassen. Ich identifiziere an der nächsten Lesestelle per Scanner um welchen Koffer es geht und habe dann den neuen Zielort, die neue Maschine hinterlegt im System. Das macht alles die Informationslogistik im Hintergrund. Hat also gar nichts mit dem physischen Prozess zu tun, sondern reine Informationslogistik. Ich gebe ein neues Zielobjekt ein und verknüpfe das datentechnisch. und dann wird der Koffer praktisch dort ausgegeben, wo für die nächste Maschine das Gepäck sortiert und zusammengestellt wird. Wie Sie aus den Beispielen erkennen können, ist die Logistik weit mehr als das, was man allgemein beobachten kann. Auf der Straße den LKW oder am Rand der Autobahn ein logistisches Umschlagszentrum, ein Warehouse, das sieht man. Wir sprechen immer von Tool, Transport, Umschlag, Lagerung. Das ist das, was wir von der Logistik so sehen. Aber was im Hintergrund passiert, kriegen wir nicht mit. Meistens nicht mit. Und wenn wir es nicht mitkriegen, dann spricht das für eine gute Logistik, weil dann funktioniert sie. Wir kriegen es immer dann mit, wenn es nicht funktioniert. Paket kommt nicht dann an, wenn wir es wollen. Oder das Regal ist leer. Dann merken wir es, wenn es voll ist, macht sich keiner Gedanken. Das ist für uns normal, dass ein Regal befüllt ist. Aber selbst die Regal Befüllung kann unterschiedlich geschehen. Macht es der Supermarkt selbst oder macht es der Dienstleister oder ein Lieferant? In Baumärkten haben sie einen Standard Lieferanten vielleicht für Schrauben. Da ist es gang und gebe, dass der auch die Regale bestückt. und der hat auch ein eigenes Interesse daran. Wenn er es dem Baumarkt überlässt, kann es passieren, dass die das nicht zeitnah machen. Dann sind die Regale leer und der Kunde braucht jetzt seine Schraube. Entweder er nimmt ein Konkurrenzprodukt oder er geht in einen anderen Baumarkt und kauft es dort. Und schwupp ist der Umsatz weg für die nächsten Wochen, Monate noch schlimmer bei Geräten. Der will die Bohrmaschine haben von der Firma, kriegt die nicht, geht in einen anderen Baumarkt und schupp ist der Umsatz weg. Und wie oft kauft man eine Bohrmaschine? Also die Befüllung der Regale ist extrem wichtig. Und da hat dann der Hersteller der Produkte oft ein eigenes Interesse und die bewirtschaften die Regale dann. Das hat für den Baumarkt den Vorteil, er braucht ja keine Arbeitskräfte dafür. Er kann also seinen eigenen Betrieb auch optimieren. Also ein Zusammenwirken an der Stelle zwischen Lieferanten und Händler. Und man findet das Optimum im Zusammenspiel. Das ist auch eine logistische Herausforderung und Meisterleistung. Ja und so gibt es verschiedene Dinge, die hier unter der Oberfläche passieren. Die Informationslogistik, Standortplanung, wo kommen neue Standorte hin, wie steuere ich die Produktion, wie kann ich zusammenarbeiten mit Partnern, was ist die logistikgerechte Entwicklung, kann ich schon da Einfluss nehmen, dass Dinge logistisch besser passieren oder Bedarfe planen. Nur einige Beispiele. Ja und so haben wir es in Deutschland zumindest mal erreicht, dass es einer der größten Branchen ist, die sich mit Logistik beschäftigen. Das ist von 2012, die Kurve können wir aber linear weiter fortsetzen. Wir sind über 230 Milliarden Euro, die mit logistischen Leistungen zu tun haben. Sie finden, das in keiner Statistik. Warum? Die Hälfte dieser Leistungen passieren beim Logistik Dienstleister, also beim Schenker, Kühnenage, Renus und vielen anderen. Sie haben rund 40.000 Logistikunternehmen in Deutschland. Nicht nur die großen, die ich nannte, sondern viele, viele kleine auch. Die andere Hälfte Unternehmen selbst, jedes Industrieunternehmen, jedes Handelsunternehmen hat Logistikleistung. Da gibt es den Lagerleiter, den Supply Chain Manager, da gibt es den Logistikontroller, da gibt es den Disponenten der Logistikabläufe, da gibt es den Einkäufer, der die Einkäufe plant. Die zählen alle dazu. Und wie man sieht, ist das eine stetige Entwicklung. Warum? Weil unser globaler Handel zunimmt. Mag mal hier und da eine Delle geben, wie sie aus der Finanzkrise kennen, aber von der Finanzkrise spricht die Logistik nicht mehr. Es ist längst überholt, gab eine kleine Delle, aber wir haben höhere Zahlen als vor der Finanzkrise, was umgeschlagen wird. Der Welthandel ist an der Stelle auch nicht mehr wegzudenken. Manche haben gesagt, Finanzkrise lasst uns doch nicht so viel global handeln. Aber gerade wir als Industrienation müssen an der Stelle ganz ehrlich erkennen, von einem Euro unseres Bruttosozialproduktes kommt die Hälfte aus dem Ausland. Die Hälfte kommt aus dem Handel mit dem Ausland zustande. Ohne dem würde es uns gar nicht so gut gehen hier in Deutschland. Also muss man sich an der Stelle auch die Frage stellen, kann man überhaupt eine Abschottung betreiben? Ja, wir haben in Deutschland den größten Anteil in Europa. Ein Viertel des Logistikmarktes Europas wird in Deutschland gemacht. liegt ein Stück weit in der Natur der Sache, weil wir mitten in Europa liegen und vieles auch durch unser Land hindurch geht und wir eine gute Drehscheibe darstellen in der Verteilung ganz Europas. Ist eine Idealposition. Hinzu kommt auch, dass wir eine sehr gute Infrastruktur haben. Möchte man schon mal gar nicht glauben, wenn man das so hört von den Politikern, dass kein Geld für die Straßen da ist und so weiter. Das mag auch so sein, dass man da nicht vorausschauend vielleicht genug geplant hat, aber im Verhältnis zu anderen Ländern haben wir eine wirklich hervorragende Logistik Infrastruktur. Von den Arbeitsplätzen heißt das, dass hier rund 3 Millionen Menschen in der Logistik mit Aufgaben rund um die Logistik beschäftigt. Sogar 60.000 Unternehmen und durchschnittliches Wachstum von 2-5% also ein kontinuierlicher Prozess. Die Logistik selber hat dabei eine Transformation erfahren. Wenn wir die 70er Jahre uns anschauen, in der klassischen Logistik, das was ich Ihnen sagte, Transport, Umschlag, Lagerung, das ist das, was in der Anfänge so üblich war und war auch bedingt durch die Struktur von Unternehmen, die sehr funktional gegliedert sind. Häufig auch heute noch, aber das Denken hat sich verändert. Funktional, was meine ich damit? Wir haben sowas wie die Beschaffung, die Produktion und den Absatz. Und da sitzen Spezialisten, die in der Beschaffung können sehr gut einkaufen und mit Lieferanten verhandeln, die in der Produktion können die Fertigung optimieren und die in der Distribution, im Vertrieb, die können gut verkaufen. Das heißt aber nicht, dass die zusammenarbeiten. In kleinen Unternehmen fällt es meistens leichter, weil die sich kennen. In größeren Unternehmen kommen wir sehr schnell, das was man gemein als Behördenstrukturen bezeichnet. Das sind so große Abteilungen, die abgeschottet für sich arbeiten und dann sagen, naja, ich verkaufe das. Wenn du das nicht herstellen kannst, pünktlich, dann ist das dein Problem in der Produktion. Ich sorge dafür, dass Umsatz reinkommt, ich verkaufe das, mache die Kundenverträge und du bist nicht in der Lage, den Kunden zu befriedigen, weil du es nicht schaffst, kann ja wohl nicht sein. Und die Produktion sagt, naja, ich kann ja gar nicht, weil der einkauft, der schläft, der kauft nicht rechtzeitig die Teile oder in den richtigen Mengen. Wir brauchen ein größeres Lager, damit wir das vorrätig haben. Und der Logistikverantwortliche sagt, naja, du bist gut, mit einem großen Lager habe ich große Bestände, große Kapitalbindungen, wer bezahlt das? Und am Ende ändern sich die Teile, die du brauchst und ich schmeiße den Bestand weg, und so entstehen sehr schnell Konfliktfelder in Unternehmen und deswegen ist die Logistik dann weiter avanciert zur sogenannten Querschnittsfunktion, die einzelnen Bereiche zu verbinden. Quasi auch Kommunikator im Unternehmen zu sein, die Bereiche an den Tisch zu holen und in der weiteren Entwicklung, was wir dann in den 90er Jahren erlebt haben, ist das Denken im Prozess geben. Also in den 90er Jahren ist eigentlich dieses Thema der Prozesswissenschaft für die Logistik erst aufgekommen. Also auch noch recht jung. Noch recht jung, wenn man so will. Und wir finden dann häufig Funktionen, die wir dann Supply Chain Manager nennen. Man könnte auch Logistikmanager sagen, aber irgendwie ist Supply Chain Manager mehr en vogue. Klingt mehr international und global. Und die kümmern sich um die Organisation über die gesamte Kette. Wir nennen das der Kunde bestellt, der Kunde erhält. Und wenn man ganz ehrlich ist, ist das noch der Prozess, der interessant ist. Ich will ja den Kunden bedienen, sonst verdiene ich nicht. Das Unternehmen kann auch nicht langfristig am Markt überleben. Nachhaltigkeit heißt ja langfristig. Und das ist eben ein Dreiklang zwischen der Ökonomie, der Ökologie und der sozialen Verantwortung. Und wenn ich dem gerecht werden will, muss ich im Prinzip auf das Ziel achten, ich will ja einen Kundenwunsch erfüllen, ein Kundenbedürfnis. Also steht das im Mittelpunkt, der Kundenprozess. Wenn ich ein Produkt verkaufe, dann könnte ich natürlich so dahergehen und sagen, das Produkt kostet so und so viel, weil es kostet mich Material, Produktion und dann mache ich einen Preis. Und trotzdem könnte es sein, dass das Unternehmen damit Verlust macht, weil es nämlich verschiedene Dinge vergessen hat zu berechnen im Preis. Zum Beispiel die ganze Logistikleistung dazwischen. Kosten auch Geld. Also wenn ich ein Produkt in seinen Kosten berechnen möchte, um einen richtigen Preis auch dem Kunden zu bieten, müsste ich die gesamte Kette berechnen. Ich muss also alle Bereiche zusammenholen und sagen, das kostet mich eigentlich das Produkt in Herstellung und zur Verfügung Stellung. Und dann kann ich mir überlegen, ist das noch wettbewerbsfähig an Kunden verkaufbar oder nicht. Das heißt, die Wirtschaftlichkeit eines Unternehmens ist maßgeblich tangiert, auch durch Logistikleistungen und die darf ich nicht vergessen in der Kalkulation, sonst kann es mir passieren, dass ich als Unternehmen sehr schnell pleite bin. So geschehen bei vielen Online-Händlern um die Jahrtausendwende, die nämlich nicht die Logistikkosten bedacht haben, gerade was die Retouren angeht. Und da sind viele ganz schnell wieder vom Markt verschwunden. Da hat es ein großer Etablierter wie die Otto Group, die klassischen Versandhandel seit Jahrzehnten beherrscht, leicht. Weil die machen eine Online-Plattform auf und die Retouren können die abwickeln wie ihr klassisches Versandhandelgeschäft, wo sie auch Retouren hatten. Für die ist das überhaupt gar kein Problem, zusätzlich einen Online-Handel anzubieten. Und wie man in den Statistiken sieht, ist es einer der größten Online-Händler, die wir haben. Deutschlandweit. Weltweit mag es vielleicht jemand anders sein. Verknüpfung der Funktionen zu Prozessketten ist originär das Element der Logistik und prägt dann auch an der Stelle die Philosophie der Zusammenarbeit von Unternehmen. Ja, und das führt mich zu der Ableitung, was heißt denn logistisches Denken? Was gehört alles dazu, wenn wir jetzt die Komplexität an Beispielen mal gesehen und verstanden haben, was denn alles Logistik beinhaltet für Aufgaben? Kann man dahergehen und sagen, naja, was gehört denn zur Ideologie des Logistikers? Was sind die Prinzipien, denen er sich widmet? Und das sind sogenannte elf Gebote der Logistik. Das erste, die Kundenorientierung. Der Kunde ist König, den Satz kennen wir, aber man sollte ihn nicht so banal und trivial hinnehmen, wie es vielleicht manches Unternehmen auf ihre Homepage schreibt. Das ist auch eine Anforderung, wie lebt man und gestaltet man seine Prozesse? Und Logistik ist eine Dienstleistung. Da steckt das Wort Dienen und Leisten drin. Daher kommt das Wort. Manche vergessen zumindest mal das Dienen. Und so mancher Kunde fragt sich auch, ob er da so erwünscht ist, wo er auftaucht. Das ist dann falsch verstanden. Also wie kann ich an der Stelle den Kunden Orientierung leben, nämlich hier an der Stelle Kunden Aufträge, die vereinbart sind, dann auch erfüllen und alles an der Stelle tun, um eine Zuverlässigkeit und Verantwortungsübernahme auch zu dokumentieren. Und dann kann man sich überlegen, welchen Mehrwert man als Unternehmen eigentlich dem Kunden bieten möchte. Also ist man nur für sich selbst als eigener Zweck unterwegs oder möchte ich eigentlich dem Kunden etwas bieten als die Kunden Orientierung ist Ausgangspunkt Prozesse zu gestalten in der Logistik. Also wenn Sie irgendwo sind und jemand erzählt Ihnen ich mache jetzt mal Logistikplanung und erzählt Ihnen gar nichts davon, was seine Kunden sind und was der für Bedürfnisse hat, dann können Sie schon mal davon ausgehen, dass er nicht idealmäßig logistisch unterwegs ist und schon gar nicht eine Prozessorientierung einnehmen wird, weil er den Kunden vergisst. Der nächste Punkt ist ganzheitlich. Wir haben ja gesehen, wie viele Bereiche beteiligt sind an so einer Logistikkette, einer Logistiklösung, eine Querschnittsfunktion und die erfordert einen ganzheitlichen Blickwinkel. Deswegen sagte ich vorhin Ihnen auch, wir machen sowas wie Rollenspiele, um unterschiedliche Blickwinkel kennenzulernen. Dass der Einkäufer auch mal versteht, was der Vertriebler denkt oder der Produktionsverantwortliche mal mitkriegt, in welcher Zwickmühle der Vertriebler steht, dass er einen Vertrag machen möchte und der Kunde sagt, naja, aber dann zu dem Termin. Um dann Lösungen zu generieren, wie kann ich denn umgehen? Der Vertriebler würde naturgemäß erst mal sagen, naja, der Kunde ist König, also kann der auch sagen, wann er das haben will und wenn er dann sagt, er unterschreibt den Verkaufsvertrag nicht, wenn du nicht auf diesen Lieferwunschtermin eingehst, dann ist der Vertrag weg, der Umsatz weg. Aber vielleicht gibt es ja doch Wege. Vielleicht kann der Vertriebler sagen, pass mal auf, ich kann es dir zwei Wochen später zusagen, setzt voraus, dass er mit der Produktion Rücksprache gehalten hat oder sein Informationssystem wiedergibt, aha, diese Produktionskapazitäten liegen vor, zwei Wochen später, als gewünscht, kann ich es dir fest zusagen. Vielleicht reicht das dem Kunden schon, eine feste Zusage zu haben, worauf er sich zwar schnell einen Vertrag, aber halten den Liefertermin nicht ein. In der Automobilindustrie kommen 50% der Fahrzeuge später als versprochen, bei einigen Herstellern. Oder der Vertriebler könnte den Weg gehen und sagen, pass mal auf, lieber Kunde, wenn du zwei Wochen länger wartest, bereit bist, kriegst du 5% Nachlass. Dann verliere ich dich als Kunde nicht und ich habe ein Agreement, dass die Produktion auch hinterher kommt und das machen kann. Ganz andere Wege, die man denken kann, wenn man miteinander redet und an Lösungen arbeitet, anstatt Probleme auszusitzen. Ganzheitlichkeit, ganz wichtig, hier unterschiedliche Sichten zusammenzuführen. Dann die Flexibilität. In der heutigen Konstruktion unserer Wirtschaftswelt mit der sogenannten Fragmentierung, also viele Beteiligte an der Wertschöpfung, Thema Auto, das, was der Hersteller macht, ist so etwas wie eine Endmontage, viele Zulieferer, erfordert an der Stelle auch eine Flexibilität. Wenn ich individuell Produkte mit Varianten erstellen will, ist es in der Tagesordnung, dass ich Abweichungen habe. Ich kann nicht alles deterministisch planen, zu 100% davon ausgehen, dass das dann am nächsten oder übernächsten Tag so läuft. Also brauche ich Flexibilität und das erfordert an der Stelle dann auch eine Koordination und Steuerung, wie ich damit umgehen kann. Nehmen wir das Beispiel Festo. Wer kennt Festo? Sie kennen das? Was machen die? Elektronikteile vorrangig im Bereich der Pneumatik, also machen Bauteile für andere Maschinen, die mit Druckluft arbeiten. Vor ein paar Jahren war das noch so, dass die einen Auftragskalender haben, wussten circa drei, vier Wochen vorher, was denn eigentlich bestellt ist, haben also einen Auftragsvorlauf gehabt. Mittlerweile ist das so, dass die das nur noch sechs Tage wissen. Die wissen also im Prinzip am Montag, was sie nächste Woche beauftragt haben. Mehr wissen die nicht im Vorkast. also die eigene Woche plus noch einen Tag der nächsten Woche. Und wer sich da ein bisschen auskennt, der weiß, dass normalerweise bei Großbetrieben mit Dienstplänen gearbeitet wird, wo man einen Dienstplan 14 Tage vorher bekannt gibt. Aber ich weiß noch gar nicht, ob ich in der nächsten Woche so viele Mitarbeiter brauche im Dienstplan. Vielleicht habe ich weniger sind am Dienstag und Mittwoch im Einsatz. Da beißt sich also Planungsrecht mit aktueller Auftrag Situation. Und da muss ich kluge Wege finden, wie ich das anpasse, wie ich flexibel bin in meiner Arbeitskapazität. Auch Festo hat Lösungen gefunden. Es gibt kein Unternehmen, das so viele Arbeitszeitmodelle hat wie Festo. Man könnte fast sagen, jeder Mitarbeiter hat sein eigenes Arbeitszeitmodell. von der Bandbreite eines normalen Mitarbeiters mit geregelten Schichten über Schichtsysteme bis hin zu jemandem, der ein Jahr Sabbatical machen kann und dann wieder zurückkommt. Nur möglich, indem man sich zusammensetzt und Lösungen findet, wo der Mitarbeiter seine Bedürfnisse artikuliert, aber auch das Unternehmen, dass man flexibel zugreifen kann, auch mal sagen kann, kurzfristiger pass mal auf, welche Mitarbeiter sind bereit, nächste Woche Mitarbeitern mit zigtausend Mitarbeitern finden sich genügend, die das eine Bedürfnis und das andere aggregieren können. Es bleiben genügend Mitarbeiter, die diese Flexibilität aufweisen. Nächstes Gebot, Prozess- und Flussorientierung. Die Prozessorientierung ist schon deutlich geworden. Das Ziel ist natürlich einen Fluss herzustellen, der möglichst wenig Wartezeiten aufweist, also Liegezeiten. Ein Güterumschlag kostet Zeit, aber wenn dazu noch das Produkt irgendwo rumliegt, ist es verschwendete Zeit. Das zu optimieren ist Ziel. Das betrifft die Lagerumschläge, also möglichst wenig im Lager haben, möglichst durchfließen lassen. Sie können das zum Beispiel beobachten im Lebensmittelhandel von Walmart. Das sind die Erfinder des sogenannten Cross-Dock-Systems. Da ist ein Warehouse, was nur für den Umschlag dient. Morgens kommen die Laster an von verschiedenen Lieferanten, dann wird das filialgerecht zusammengestellt und geht ein paar Stunden später wieder raus. Ein gutes Cross-Dock-Center ist nachts leer. Hat gar keine Lagerung, sondern nur eine Umschlagsfunktion, wo dann die Filialen schnell beliefert werden. Also Fluss-Prinzip ist hier das Wesentliche, das zu erreichen und nicht selten ist es so, dass Sie im Produktionsbetrieb, wenn Sie das mal analysieren, mit einer Prozessanalyse, viele, viele Wartezeiten entdecken. Wir reden in der Gesamtzeit von Lieferzeit, wenn ein Kunde bestellt und erhält. Das, was im Unternehmen passiert, ist die Durchlaufzeit und von der Durchlaufzeit haben Sie bei vielen Unternehmen das 20, 30, 40% verschwendete Zeit ist, weil ungenutzt bestimmte Dinge rumliegen. Mal als Rohmaterial, mal als Zwischenprodukt, mal sogar fertige Produkte. Ein Pumpenhersteller, nicht weit von hier besichtigt, steht der ganze Warenausgang voll mit verpackten Kisten, auch draußen auf dem Hof verpackte Kisten und frage ihn, was ist denn das? Das sind fertige Pumpen. Okay, haben Sie die noch nicht verkauft? Haben Sie die auf Wasser geladen? Nö, die sind schon verkauft, aber der Kunde braucht die jetzt noch nicht und dann bleiben die halt hier. Anstatt praktisch das rauszubringen, notfalls dem Kunden noch einen Rabatt zu geben, dass er einfach die Maschine annimmt und nicht sie abrechnen, fakturieren kann. Nein, da geht man noch das Risiko an, dass vielleicht der Kunde mal insolvent gilt und man gar nicht mehr sein Produkt ausliefern und sich fragt, muss das so sein? Die Logistik hat auch immer das Prinzip, gut ist schön, aber das Bessere ist der Feind des Guten. Wir suchen also stets nach einer Verbesserung in den Prozessen. Transparent hat was mit IT auch zu tun, Dinge sichtbar zu machen. Wir wollen Transparenz im Prozess haben, nur dann kann ich auch rangehen und sagen, wo geht etwas besser zu machen. Ich weiß ja von vornherein nicht, wo vielleicht Stellhebel sind, etwas zu verbessern. Die Transparenz hilft mir, die Stellen zu finden, wo es am lohnendsten ist. Bei dem Beispiel, was eben mit den Wartezeiten zu tun hat, ich mache eine Wertstrom Analyse im Unternehmen und schaue mir an, wo sind die größten Wartezeiten? Die will ich zuerst eliminieren. Ich schaue mir die größten Baustellen an und um die zu finden, brauche ich Transparenz im Prozess. Ich messe etwas, nehme Kennzahlen zu Hilfe und mache das mit meinen Analysen. Dann in der Gestaltung möchte ich das möglichst effizient tun. Das Richtige möchte ich gerne wirtschaftlich tun. Was jetzt hier nicht steht, aber das ist eine Voraussetzung, die Effektivität zu erreichen. Also überhaupt erst mal das Richtige tun. Das setze ich mal voraus. Wenn man dann weiß, was das Richtige ist, kommt dann die Effizienz zu tragen. Wie kann ich das Richtige wirtschaftlicher tun? Verschwendung vermeiden. Und da sehen Sie auch, dass Ökologie und Ökonomie einher geht. Ich möchte nicht Material verschwenden. Ich möchte ressourcenschonend umgehen. Wenn ich in der Textilbranche arbeite und meine Kleider schneide, dann möchte ich mit den Resten noch was machen und nicht am besten ausgenutzt wird. Und so ist es mit anderen Materialien auch. Wenn ich in der Produktion bin, Stahl fertige, dann möchte ich an der Stelle die Reststahlmengen wieder einschmelzen und neu verwenden können. Also viel in Kombination mit Ökoeffizienz. Ökologisch und ökonomisch unterwegs sein ist ein Grundprinzip. Dann das Thema Nachhaltigkeit weiter gedacht, kommt die soziale Komponente auch dazu. Mitarbeiter Bedingungen schaffen, die arbeitsökonomisch sind. Möchte mich nicht immer tief bücken oder über meine Höhe greifen müssen. Wie kann ich Material Bereitstellung so organisieren, dass es mitarbeiterfreundlich ist? Oder am Beispiel des Airbus, dass der Mitarbeiter nicht auspacken muss, sondern nur zugreifen muss. Wie kann ich Hilfsinstrumente bereitstellen für die Montage, damit es einfacher ist? Wie kann ich ihm vielleicht anzeigen bei der Variantenvielfalt, die wir heute in Produkten haben, was er da verbauen muss? Muss er das alles auswendig beherrschen und wissen? Oder habe ich ein Hilfsinstrument, was mir das anzeigt? Heutigen Informationstechnologie ist das leicht möglich, das zu koordinieren. Und dann weiß der Mitarbeiter, was spezifisch in dem Produkt, was er gerade montiert, auch verwendet werden kann. Aber das geht auch so weit, dass ich mir überlege, wie kann ich Mitarbeiter, die vielleicht Beeinträchtigungen haben, auch in den Arbeitsprozess integrieren. Da sei das Beispiel von Walgreen genannt, lag daran, dass der COO, also derjenige, der für Personalangelegenheiten zuständig ist, in seiner eigenen Familie, ein Kind hatte, was beeinträchtigt war und musste also miterleben, wie schwierig es ist, gerade in USA, vielleicht sogar noch schwieriger als bei uns, jobtechnisch etwas zu bekommen. Und er machte seinen Vorstandskollegen den Vorschlag, naja, wollen wir nicht mal ein Umschlag Zentrum, also Walgreen ist so wie eine Drogeriemarkt in der erfolgreichen USA, wollen wir denn nicht mal ein Warehouse machen, wo wir Mitarbeiter überwiegend beschäftigen oder zum großen Teil beschäftigen, die Beeinträchtigungen haben. Und er setzte dann durch, dass man also zu 50 Prozent vom Mitarbeiterstamm diese Mitarbeiter auswählte und einsetzte. So, jetzt kommt die Frage, wie erfolgreich war denn dieses Distributionscenter? Ich glaube, die haben so 30, 40 Distributionscenter zur Verteilung der Artikel, die in die Filialen gelangen. Also dieses Center, was sie neu aufgebaut haben, was meinen sie? War das erfolgreicher? War das genauso erfolgreich? War das schlechter von der Performance? oder war es deutlich besser? Wer ist der Ansicht, das war genauso gut? Keiner. Einer. Wer ist der Meinung, dass es schlechter war? Also wie gesagt, die Hälfte der Mitarbeiter war arbeitstechnisch beeinträchtigt. Wer glaubt, dass es besser war? Ja, aber gutes Vertrauen. Wer glaubt, dass es deutlich besser war? Damit meine ich so Effizienzsteigerung um zweistelligen Prozentbereich. Wer meint das? Auch einige. Warum? Richtig. Also ein Punkt ist, man hat das zugeschnitten auf die Anforderungen, Bedürfnisse der Mitarbeiter und hat die Prozesse so aufgesetzt und respektive die, die sich beworben hatten, hat man geschaut, wer passt wohin. Man hat also viel mehr geschaut, welche Fähigkeiten haben die Mitarbeiter, als man es bei sonstigen Einstellungen machte. Da passiert das manchmal ein Mitarbeiter am völlig falschen Ort sitzt, eigentlich dafür gar nicht geeignet ist, weil man nicht genug nachgedacht hat. Hier hat man besondere Aufmerksamkeit schon im Auswahlprozess gehabt, wo setze ich denn den Mitarbeiter ein und schneide auch noch die Arbeitsplätze zu. Das heißt, an der Stelle hat man auch Hilfsmittel. Wer zum Beispiel ein Problem hat, sich Abläufe zu merken, das ist ja ein Problem, beim Montieren hat er dann Hilfsmittel bekommen, dass er das vor Augen hat. Er kann das sofort nachlesen, kriegt Unterstützungsmittel. Beim normalen Mitarbeiter hätte man an der Stelle gesagt, entweder du schaffst es oder du fliegst. Du musst das lernen, das ist die Anforderung hier, wenn du das nicht begreifst, dann hast du selber ein Problem. So ist man ihm dort nicht vorgegangen. Was weiter? Was könnte noch ein Grund sein? Ich kann schon mal verraten, es war im Längen besser die Performance, also wirklich im zweistelligen Bereich. Richtig, die Motivation, überhaupt einen Job zu kriegen, das ist in den USA wie gesagt nicht so leicht an der Stelle, und eben dann auch die Aufmerksamkeit zu bekommen. Man hat auch an der Stelle die Führungsschicht integriert. Es war auch so, dass in den Führungskräften das gleiche Prinzip galt, die Hälfte der Mitarbeiter hat Beeinträchtigung. Dadurch wuchs das Verständnis auch im Führungskreis dafür. Und die Kommunikation war eine ganz andere. Man hat an der Stelle eben sich persönlich überzeugt, wie es den Mitarbeitern geht, was sie für Probleme hat. Man hatte das tägliche Gespräch von Führung und Mitarbeiter, wo man in anderen Betrieben sagt, der kriegt alles schriftlich per E-Mail und so weiter, da muss ich nicht vorbeigehen und mit dem noch ein Gespräch führen. Das war dort anders. Es war eine gelebte Interaktion und mehr Aufmerksamkeit, den man den Mitarbeitern sollte. Und das steigerte wiederum auch die Motivation. Das führte dazu, dass dann Walgreen das als Pilgerort ausgerufen hat. Wir hatten ja vorhin den Punkt Benchmark oder Best Practice. Insofern kamen dann die Mitarbeiter der anderen Distribution Center dorthin und schauten sich das an, wie das funktioniert, um davon zu lernen. Denn warum soll man das einfach nur mit Mitarbeitern machen, die Beeinträchtigungen haben? Warum wird dieselbe Aufmerksamkeit zum Beispiel zwischen Führung und Mitarbeiter nicht auch den anderen zuteil? Wenn es diese Effekte hat, der Motivation und so weiter. Ich glaube, das ist nachvollziehbar. Da sieht man mal sehr schön, wie soziale Verantwortung auch in dem Gebot 7 gelebt wird. Integrierend, also Wissen und Invention aus vielen anderen Gebieten integrieren, sich bereichern lassen, Anregungen zum Beispiel aus der Natur einfließen lassen. Da gibt es verschiedene Elemente, die realisiert worden sind, auch in der Logistik. Dann die Komplexität bewältigen. Wie kann ich hier so ein Spaghetti-Diagramm, so ganz so wild sieht es in der Realität nicht aus, aber manche kommen dem schon nahe. Wie kann ich das optimieren? Wie kann ich möglichst Selbststeuerung installieren, sodass ich gar nicht mehr kontrollieren muss? Also Prinzipien installieren, die von selbst funktionieren. Geschwindigkeit ist, glaube ich, deutlich geworden, das erleben wir auch im tagtäglichen Leben, wie schnell wollen wir sein, Ressourcen zu bewegen und als letztes das Thema kreativ und innovativ neue Dinge entwickeln, nicht stillzustehen, Stillstand ist Rückschritt, neue Wege einschlagen, versuchen, manchmal ist es auch eine Fehlentwicklung, da muss man an der Stelle auch klaus Lernen, aber offen sein für Innovation, das ist also das öfte Gebot. Ja, damit habe ich versucht, mal einen schnell Einblick in die Logistik zu geben, Sie haben Beispiele, wo Logistik angewandt wird und eben nicht nur im Transport oder Umschlag, sondern auch unter der Wasseroberfläche, was vielen nicht sichtbar ist und ein bisschen haben wir angekratzt, was so die Ideologie angeht mit den öf Geboten. Man wird nicht überall alle gleichzeitig antreffen, aber wenn man sich daran ausrichtet, sowohl bei der Planung von Logistiksystemen als auch von der Steuerung, vom Durchführen, dann kann man viel erreichen, viel erreichen, in dem Sinne, dass es ein Beitrag zur Nachhaltigkeit ist und das ist nicht nicht nur bei Unternehmen so. Den letzten Satz will ich da noch anfügen, sie haben auch viele sogenannte Non-Profit Organisationen, wo das eine Rolle spielt. Die ganzen Hilfsvereinigungen die Katastrophen versuchen zu lindern, da erleben wir tagtäglich, welche katastrophalen Zustände logistisch anzutreffen sind. Auch in der aktuellen Flüchtlingsdiskussion erleben wir das, wie schwierig es ist, für solche Organisationen eigentlich die Logistik zu organisieren. Also auch dort gibt es Betätigungsfelder, wo die Logistik greifen kann und noch viel zu tun ist. Ja, in diesem Sinne. Und das ist ja auch der Grund, warum wir uns hier damit beschäftigen und auseinandersetzen. Danke dir, weil ich denke, man hat einen Überblick bekommen. Das jetzt sozusagen auf soziale Systeme auch nochmal umdenken zu nutzen, ist immer der Impuls, den wir damit verbinden, weil alles das, was wir hier gesehen haben an Qualitäten, kann man sich eben auch vorstellen, zum Beispiel in einer Schulorganisation, in einer Bildungsorganisation, und in unserer eigenen Universität. Wenn wir da mal über die Prozessqualität und die sozusagen eher Prozessorientierung als Funktionsorientierung mit Blick auf einen Studiengang oder einen Studierenden nachdächten, würden wir sicherlich eine Menge Entdeckung machen können, wo da Optimierungspotenzial ist, Kundenorientierung Raum greifen könnte. Und insofern ist die Anwendung dieser Prinzipien auf andere Fachgebiete also eigentlich ein Wollen, was wir schon lange immer wieder proklamieren und was an sie adressiert eben auch bedeuten kann in Feldern, wo die Logistik erstmal etablierterweise nicht so zu Hause ist, dieses Gedankengut einzubringen und diese Methoden eben fruchtbar zu machen. Und das heißt einfach das Weiterdenken und Mitdenken, deswegen auch nochmal danke für den Hinweis auf die Literatur und das Aufgreifen der Dimensionierung. Die Logistik kann Prozesse erklären, das war ja das Bild. Sie kann überlegen, wie kann man das intelligenter machen mit Benchmarking, mit Reflexionssystemen und mit dieser Ideologie, wie du das nennst und daraus entstehen dann besser artikulierte Prozesse und bessere Settings und bessere Professionalität. Und in dem Sinne ...